warte mal kurz ja da hinten sind zwei nitro stalker ok warte jetzt habe ich noch 16k live moment das war ich anders ich logg die mal an da kommen zwei fücher erstmal die abklingzeit runtergesetzt für meine fähigkeit einer ist weg der zweite auch ich hab dir aus der entfernung schnell geholt kannst 15 prozent schneller dein scheiß ding ja ich kann mich 15 prozent schneller wiederbeleben davon habe ich nur 19.000 live keine 21.000 mehr ich glaube mit 15.000 ich hatte zwei mods drauf die mir mehr leben geben ich habe nachladegeschwindigkeit geboostet ich glaube ich mach mal über team magazin größte oder so was wenn ich das wieder hab ok alter los granate such sie dir ich behalte mir meine tube money für den blatt wo ich auch es sei denn ich kämpfe um mein leben modus bin ja aber nicht zu viel schon wieder ein halbes level voll ja ich auch wie sieht es aus bei dir? fast ein halbes level da ist noch ein slack da hinten äh ein stalker ein gift stalker ein bisschen übertrieben schwarze sniper ne? alter du snipers die what the fuck weg siehst du so in dem style spiel ich black ops hier kommen die roboter ja aha pass auf dann pack ich mir wieder die slack waffe rein die korrosionswaffe meinst du? korrosionswaffe ich mag halt slack einfach mehr ah hier kenn ich wieder doch was hier kommt ein bad ass gun loader raus aus der tür pass auf nicht gun loader nicht gun loader ach schon ach drungen exploder dann bin ich tot kriegst du den? ja krieg ich ich werde dir mit dem schaden machen entspann dich lass ihn lassen lassen ah verdammt kriegst du ihn tot? ja alter ich nehm den bull loader dann richtig auseinander alter mein slack schaden hat ihn gekillt sorry wieso? äh mein korrosionsschaden warum hast du den angegriffen? ich wollte dir helfen dass er schneller down geht aaah ah der ist resistent ich zieh nur 200 pass auf da ist ein ding ja ein nitrostalker zwei sogar alter das ist so krass wie die hier unterbüseln bumm 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 ja man wie ist das so macht man das? hinter dem baum ist noch einer wo? da jetzt sind zwei wieder ja granate jetzt noch ein giftstalker wc das ist nehm nehm schade 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 Ja, der ist weg Kein Thema, der Bulldoiner, der kann nix X-Bloor daneben, der kann schon mehr Ich hab ein ganz kleines Problem über mir Ich muss den engelhaften Wächter vorweg machen, der nervt mich mehr Die kloppen sich, lass es Heiz auf den Badass-Stalker drauf Verdammt, hab ich falsch ihn geslackt Ich hab ihn hoch War der falsche Scheiße Irgendwie wollen wir den einem nicht schaden machen Boah, ich nehm die Tube, okay Achtung Immerhin auf dich zuspringen kannst du wegspringen Warte, warte bis ich ihn wieder hochhebe Dann triffst du mich 100 pro Jetzt Wuh, das ist schön, der Match 17.000, äh, nachladen Alter, alter Ja, der ist weg Ja, der ist weg Alter, hat er dir auch, äh, direkt nachdem er runtergekommen ist Mega, oh Julian Nö, der hat dich angegriffen, nicht mich Achtung voraus Sollst du da weggehen, Niko? Wir sollten noch weiter weggehen Ich hab dir mal beim Bullo, oder? Bullo ist nicht kaputt Oh, verdammt Schaffst du's? Natürlich nicht, da ist nur noch der eine große Bei dem Baum! Schnell Puh, ich brenne Da ist ein Baum Ja, ist gut, jetzt kann ich immer nur auf eins von beiden schießen Ja Gib ihm Mach ich Ich geh in Deckung Ich slag ihn, Moment Gott, der kriegt so krass Korrosse und Schaden Wie, ich hab den nicht getroffen Erziele vier Ah Du musst kurz mal live regenerieren Mach das, mach das Hebst du den hoch? 4, 3, 2, 1, hoch Okay, ich verpiss mich mal wieder Er schießt auf dich Ja, ich spür's Er geht auf mich Er geht auf mich Nee Ich kann ihn hochheben Mach das Wuhuhu Nein! Jetzt musst du kurz überleben Nico Ja, jetzt muss ich kurz überleben Den Tamberg Krieg ich auf den Hügel hoch Ja, ich versuch's Ja, ich komm auf den Hügel Problemlos Danke Musst du da eigentlich immer perfekt auf mich zielen oder ist die Engine da schon so freundlich, dass es ungefähr in der Reichweite, also ungefähr Reichweite, der mich aufkommt Ich muss dich zählen Ich weiß grad nicht, ob ich die Acker hab oder ob du sie hast Ja, ich kann ihn hochheben Meine SMG Money geht aus Da hast du mich noch nicht? Keine SMG Money mehr Du musst rushen Ich bin hinter einer Kiste, what the fuck? Verdammt, das war dumm Okay Ich jub ihn weg Ja, gleichfalls Du hast ihn gleich Hol mich Oh, Loot, 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 Loot Ist das ne Sniper? Ja, das ist ne Sniper Hast du die auch gelogen? Das war kein Sniper, das war ein MG Okay, dann war die trotzdem ziemlich stark Alter Wie, Tube Money hast du verbraucht? Viel Ich hab nur 26 Tube Money nicht viel Nicht Detail aktivieren Oh, nee Es soll einer dieser Zellen sein Keine Angst vor den hässlichen Dingern, die in den anderen sitzen Die kommen nicht an dich ran Ist klar Geh einfach weiter zu Bloodwing, dann hast du was du brauchst, um Claptrap zu upgraden und die Todesmauer zu durchdringen Weißt du noch? Zum Glück kommt das Viech nicht raus Oh, Julian, komm mal kurz her, kurz angucken Sind die eurem Beutezwerg? Guck dir mal die Sniper an Ist die besser oder schlechter als die einige, die du hast? Besser Kannst du noch nicht benutzen Äh, oh, Loot, warum hab ich die denn genommen? Warte, ich werf sie dir wieder an Was sind die? Hast du die genommen? Hey, guck mal Hey, guck mal Gib mir einfach Level Gib mir halt die nächste Hast du nicht eine andere, die du auch noch nicht tragen kannst? Äh, nee, nee Ist die erste, die ich nicht tragen kann Okay Bereit? Ja Ja Die Schrotze bei mir sieht aus wie die MSMC Geht's dir gut? Wart kurz Blah Suchst du Bloodwing? Oh, ich hab sie vor ein paar Stunden verlegt An einen etwas dramatischeren Ort Bloodwing ist nicht da? Verdammt Jack verarscht uns Äh, warte mal, warte mal Da rührt sich was im Observation Wing Vielleicht haben sie sie dort hingebracht Achtung Die Schilder sind weg Oh, leckt mich Rückzug Party We're down Hoffen wir mal Du bist der Beste Ich weiß Danke Du bist der erste Elektro-Wix da rumnieten Oder nicht so ganz einfach Granaten-Style Bin kaputt Oh Tuben Tuben Ich mach den Slack-Typ Äh, greif ich den an Ich muss nachladen Dann krieg ich ein super bades Schock-Wixer-Tot Kick den Kill den Slack-Typ Kill den Slack-Typ Kill den Slack-Typ Ich kill den Schock-Typ Ich kill den Schock-Typ Wo bist du? Wo bist du? Leben dir, direkt hinter dir Alter Ich hab dich gesucht und blumlich rumgelaufen Ich hab nur noch 22 Schuss für die Ding Leg ne Mg rum Scheiß drauf, nehmen wir einfach alles mit Äh, ja ich muss dann gleich wieder Tube Money holen Ich hab da nur noch 21 Stück Ich hab noch 22, das läuft Ah, 22 Nix Nix Achtung, kommt der Nächste Ah, das ist ein Easy Der ist Easy Wo ist der Easy? Der hat nicht viel Leben Der ist alt Da kommt noch einer Fernkampf-Gag Ja, der ist auch Easy Deeper Shit, Alter Ja Hier, links ist einer Ich hab grad Ghetto-Stalker gelesen War das Ghetto-Stalker? Ja, hab ich grad eben gelesen Da hab ich so Ja, ist klar Ich fand ein Ghetto-Blaster besser als Brogram Was war das nochmal? Ja, renn einfach durch, renn einfach durch Beute-Zwerg, Beute-Zwerg, Beute-Zwerg Okay Ah, komm ran Beute-Zwerg Niko, hilf mir Alter Hilf mir? Ich bin tot Ah, shit, sorry Ja Der Beute-Zwerg macht ordentlich Beute Aua Und er tropft Legendary Sachen, übrigens nur so